Den Alpenzoo erreicht man entweder mit der Hungerburgbahn da drüben oder so wie wir direkt vom Marktplatz mit dem Bus W zum Zoo. Wie der Name des Zoos schon verrät, findet man hier viele Tiere der Berge, wie Geier, Steinadler, Biber, Murmeltier, Wiesent, Elch, Braunbär, Luchs, Wildschwein, Wolf, Gämse, Steinbock, Vögel und vieles mehr. Professor Hans Psenner gründete den Alpenzoo. Wir waren vor acht Jahren schon hier, da sahen wir in der Vogelvoliere viel mehr Vögel als jetzt. Jetzt sind wir schon bei ganz typischen Bergtieren, den Gämsen. Nicht weit entfernt besuchen wir die Könige der Berge, die Steinböcke. So nah praktisch auf Tuchfüllung wird man sonst nirgends einen Steinbock betrachten können. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,9 Metern zählt der Bartgeier zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Dieses Exemplar, auch mit einer beachtlichen Größe, dürfte ein Gänsegeier sein. Er lässt sich nicht stören, auch wenn man in seinem Gehege direkt neben ihm steht. Die Wiesende sind heute ganz schön munter. In diesem Bereich sind weniger alpine Tiere. Gehegeichung mit einer Flügelspannung. Die Flügelspannung kommt von Korpel. Sie hat mich in die Flügelspannung. Gehegeichung mit朋友, die Flügelspannung haben hier, in der Flügelspannung kamen, im Saarland. Sie hat sich in der Flügelspannung und am Niemann Jana. Wie ist das auch mal passiert? Ich habe mich in Helfen gebit. Im Gegensatz zur Murmeltier, verziehen sich die Wölfe, wenn man an ihr Gehege tritt. Die kräftigen Bären werden natürlich von allen gerne besucht. Die Bären sind satt, da freuen sich andere über dieses Mal. Die Elche scheinen sich gegenüber letzten Mal vermehrt zu haben. Noch macht dieser Luchs ein Nickerchen. Als wir dann allerdings oben angekommen sind, sehen wir eine ganze Luchsfamilie. Den Nachwuchs möchte man am liebsten streicheln. So schön wie es ist, all diese Tiere anschauen zu können, so traurig ist es auch, wenn man bedenkt, welch große Reviere diese Tiere ansonsten für ihren Lebensbereich beanspruchen. Dort hinüber, links der Olympia Sprungschanze. Nach Igels müssen wir nun wieder zurück zu unserem Hotel. Und hier ist es auch, wenn wir uns in der Nähe, wenn wir uns in der Nähe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017